Hallo und einen schönen guten Morgen. Willkommen zurück bei Vlogmas Tag 21. Heute ist der 21. Dezember. Heute ist offiziell Winterbeginn. Alexander wollte sich kurz beteiligen und bringt die Kindergarten in die Schule und Kindergarten. Da habt ihr schon die Geschenke für die Lehrer drinnen. Ihr seid jetzt reingepackt, was ich euch in meinem Vlog schon gezeigt habe. Dann habe ich Friseurtermin und es ist dringend notwendig vor den Feiertagen. Und ich werde jetzt dann noch alleine frühstücken gehen. Aber das muss man genießen, solange die Gastro offen hat. Ich habe jetzt kurz in dieser Glitzerflitzerkugel Platz genommen, weil warum nicht? Wann hat man schon die Möglichkeit, dass man so ein schönes Setting hat? Neues Verstand. Ich habe gestern nicht gefilmt am Montag. Ich wollte, aber ich habe ehrlich gesagt keinen guten Tag gehabt. Ich bin den ganzen Tag im Jogger im Haus gewesen und habe urviel Arbeit erledigt. Heute aber Friseurtermin und generell wieder ein bisschen... Morgen. Generell wieder ein bisschen... Wie heißt das? Jetzt wurde ich aus dem Konzept gebracht. Was soll ich jetzt sagen? Es ist vielleicht ein bisschen peinlich, wenn man da sitzt in dieser Kugel und flottet in die Kamera. Ein bisschen Pamperday. Also Haare jetzt machen. Heute mal Nägel machen. Füße machen. Heute auch noch die letzten Besorgungen. Mir ist eingefallen, ich hätte noch gern Blumen für den Weihnachtstisch und noch ein paar andere Sachen, die ich gerne heute besorgen möchte. Ich brauche auch noch ein Geschenk. Das fehlt mir noch. Und das werde ich dann heute also erledigen. Aber jetzt gehe ich eben mal alleine frühstücken. Macht man eigentlich selten, aber wieso nicht? Die Gastronomie hat offen. Ich habe Zeit. Mein Friseurtermin ist erst um halb zehn. Jetzt ist es acht und dass ich mein gutes Frühstück schmecke. A merry sound and the stars align. Let us all rejoice when it's Christmastime. And our hope again ain't new. In the crowded streets calling Christmastime. The ones we meet where the warmest smile. And from far away we hear bells that chime. Und nach dem Essen, Zähne putzen nicht vergessen. Ich glaube, das wird für mich sehr, sehr lange Zeit sehr komisch sein, dass ich nach dem Frühstück, wenn ich in einem Restaurant bin, aufs Klo gehe und Mund- und Schienen putze und spüle. Aber das ist jetzt einfach nur ein täglicher Begleiter. Einmal Schienen nachputzen, einmal Zähne putzen. Und dann geht's endlich zum Friseur. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, dann Nummer 2, Nummer 2 ist das Hydro Plumping Serum Concentrate, das soll man einen Pumper in die Hand geben und, na gut, das ist so ein kleines Pröbchen, da kann ich nicht viel pumpen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe gestern schon ein bisschen reingeschaut, ich dachte mir nicht, dass es solche Mini-Proben sind in einem Adventkalender, der jetzt 100 Euro gekostet hat. Ich glaube, wenn man ihn vor dem 1. Dezember bestellt, ist er sogar teurer, ich weiß nicht, ob der jetzt ein bisschen günstiger war, aber ich finde, das ist halt schon sehr klein. Wisst ihr, was ich meine? Weil der Lush Adventkalender, da sind die großen Produkte drin. Ich dachte mir auch, dass dieser Kalender größer ist und nicht A5 Format hat. Und ich dachte, der ist mindestens, oder ist das überhaupt ein bisschen kleiner als ein 4? Ich hätte echt gedacht, dass da größere Proben drin sind. Aber wir schauen mal weiter, was es noch gibt. Mit solchen kleinen Augencreme, damit kommt man lange aus. Also das, das ist richtig gut. Mit solchen komme ich sehr lange aus, also das passt voll und ganz, aber ich hätte mir halt gedacht, dass das ein bisschen größer ist. Das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht interessieren, wenn ich das ganze Ding da aufmache. Ich schaue mal rein und zeige euch dann, was ich cool finde. Ich glaube so, es ist ganz gut. So macht man es. Musik So, ich habe jetzt alle Kästen aufgemacht, bis auf 21, 22, 23, 24, also die mache ich dann auf und ich dachte, ich drehe das einfach um, dann habe ich hier noch ein paar Infos stehen zu den einzelnen Produkten, das kann ich mir dann noch ein bisschen länger aufheben, bis ich damit vertraut bin. Ich bin schon mal versöhnt, weil Gott sei Dank, es sind auch große Packungen drinnen, ich wäre nämlich echt, glaube ich, ein bisschen verärgert gewesen, wenn ich so viel Geld ausgebe dafür, dass da nur so Mini-Sachen drinnen sind. Einige Produkte finde ich schon mal ziemlich cool, unter anderem den Lip Balm, Lip Balm kann ich immer brauchen, weil ich gerade so trockene Lippen habe, auch der Facial Cleanser, also ich werde morgen dann mit dem Cleanser, mit dem Toner, mit dem Face Wash, einmal alles richtig gut pflegen. Dann kommt eine Maske drauf, eine Deep Pore Cleansing Mask, die werde ich auftragen, damit ich einmal gut Gesichtspflege und eine Handcreme ist auch dabei, die werde ich auch gleich ausprobieren. Dann ist sogar ein Shampoo dabei, für meinen Mann ist auch was dabei, ich meine, der braucht das nicht wirklich, aber ich werde es mir mal hinstellen, vielleicht möchte er ja auch. Ein Energizing Moisturizer Treatment haben, schadet auch nicht, ist zwar ein Jahr jünger als ich, mein Mann, aber trotzdem. Dann haben wir auch so ein Herbal Extract Toner, was ich lustig finde, weil da schwimmt wirklich Kräuter, Gemüse-Ding drin rum. Auch eine Bodycreme ist drinnen, ja, dieses Treatment werde ich auch morgen benutzen. Also es sind schon einige Sachen dabei, es fehlen ja noch vier Kästchen. Ich werde morgen ein bisschen durchprobieren, werde ich da ein bisschen mitnehmen bei meinem Pamper Day. Jetzt werde ich dafür mal einen Platz suchen. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass ich voll viel Kleinkram habe und eigentlich im Bad auch mal wieder aussortieren sollte. Aber das werde ich mich für das neue Jahr abheben, da werden wir das Badezimmer mal wieder deklattern und generell wieder ein bisschen ausmisten. Ich finde, dass das immer was Gutes ist, was man im Januar, Februar machen kann. So, danke fürs Zuhören, ich melde mich gleich wieder mit spannenderen Dingen, hoffe ich. Hallihallo und willkommen zurück bei Vlogmas. Heute ist der 22. Dezember. Sollen wir noch schlafen, dann ist Weihnachten. Ich war jetzt gerade einkaufen, habe ein gutes Frühstück geholt. Ah, da scheint die Sonne. Ich habe ein gutes Frühstück geholt und werde mir, wie gestern angesprochen, jetzt einen Spa-Vormittag gönnen. Das heißt, Gesichtsmaske, Augenpads, Peeling, ein Croissant zum Frühstück, ein weiches Ei und ein gutes Schinkenbrötchen, dazu Kaffee und Orangensaft und Emily in Paris, die erste Folge zweitlich dafür. Und da muss ich ein bisschen was arbeiten. Aber heute ist so ein bisschen ein slow morning, bevor ja dann auch die Ferien beginnen. Denn morgen letzter Schultag, dann zwei Wochen Ferien und dann die Kinder zwei Wochen zu Hause. Deshalb genieße ich jetzt heute den Vormittag noch für mich. Ich bin schon zu Hause und habe hier gestern ein bisschen aufgeräumt in meinem Schränkchen. Und hier sind jetzt die ganzen Produkte aus dem Kies Adventkalender drinnen. Ich werde jetzt mal den Cleanse verwenden. Dann werde ich den Toner verwenden, dass das Gesicht schon sauber ist. Dann werde ich diese Maske nutzen. Und dann schauen wir mal weiter, wie es im Programm geht. Ich habe mir übrigens überlegt, ich hätte gerne nicht nur diesen Schrank, sondern ich hätte gerne da unten, wo jetzt dieses Wäschekaus ist, irgendein Schränkchen. Irgendein Kastelchen, weil wir haben da eigentlich recht gut Platz. Da drüben ist nämlich ein bisschen enger alles. Das sind auch die Kinder. Badesachen, Ersatzhandtücher, Haarpflegeprodukte, weitere Pflegeprodukte, Hauptpflege, wo wir dann nachher auch diese Sachen, also diese Pads verwenden, meine Nivea-Sachen. Hier oben ist das ganze Lush-Badezeug. Hier haben wir auch Duschsachen. Und ja, also ich hätte irgendwie gerne da drüben ein Schränkchen. Mal schauen, was ich finde. Der Spiegel wird übrigens morgen geputzt. Hausputz ist erst morgen dran. Ich habe mir schon mal meine Haare hochgegeben und mit einem Haare aus dem Gesicht. Ich würde mal sagen, ich starte jetzt mit diesem Cleanse. Einmal abgewaschen. Also nach dem Cleanse fühlt sich die Haut auf jeden Fall schon mal sehr schön weich an. Danach verwende ich den Toner von Kiehl's. Nutze dazu ein wiederverwendbares Wattepad. Ich gebe euch die gerne unten als Link rein. Ich finde die richtig gut, weil die kann man dann... Ah, okay, das ist mir neu normal. Das sind alle Toner, die ich kenne, eher durchsichtig. Das ist eher cremig, weil ich verwende ja sonst immer diese Exofolie. Ich kann das nie aussprechen. Von Clinique. Ich sehe auch die Schwörche. Die habe ich euch schon mal bei den Beauty Favorites vorgestellt. Okay, der, den mag ich nicht so. Irgendwie habe ich bei dem nicht das Gefühl... Also ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich das Gefühl, mein Gesicht klebt. Also der fällt raus. Der Cleanse war gut, aber der Toner klebt mir zu viel. Ich mag das lieber, wenn das wie so ein Gesichtswasser ist. Das, was das alles eher mattiert und wirklich den Schmutz rausholt. Ein Toner kann in der Lotion sein oder im Gesichtswasser und es soll quasi die Poren öffnen, was ja ganz gut ist für die Maske. Mein jetzt im Nachgang fühlt sich das ganz gut an. Ja. Lassen wir mal. Lassen wir mal so stehen. Können wir ja nochmal ausprobieren. Und als nächstes kommt diese Maske von Kiebs. Die gehört auf feuchte Haut. Also im Prinzip muss ich die jetzt ein bisschen feuchter machen, die Haut. Dann werde ich da eine dünne Schicht auftragen. Die lasse ich dann 10 Minuten einwirken. Und dann mit einem warmen Handtuch runter. Das heißt, ich mache mir mein Gesicht jetzt einfach nur ein bisschen mit warmen Wasser feucht. Dadurch, dass es nämlich eine Tonerde, glaube ich, Maske ist. Und es ist auf jeden Fall, wenn die Haut feucht ist, ich glaube, sonst wird das nämlich gar nichts. Ach, jetzt kriege ich aber das nicht auf. Ach, hier doch. Mhm. Sieht so aus. Okay. Ja, so stelle ich mir das vor. Passt ja gleich zu meinem Pulli. Ah, ehrlich. Ah. Ich freue mich richtig, dass ich heute einen ruhigen Vormittag habe. Dass ich das meiste meiner Arbeiten erledigt habe. Ich freue mich, glaube ich, auf ein gutes Frühstück. Das Ei habe ich schon gekocht, den Kaffee ist schon zubereitet. Den Rest mache ich jetzt noch gleich. Okay, ich bin jetzt wirklich eins zu eins wie mein Pulli. Und ich komme mir vor, wie kennt ihr die Maske, den Film mit Jim Carrey? Weil das Grün würde ich jetzt wahrscheinlich genauso anschauen. Jetzt gehe ich frühstücken. Die Schienen habe ich schon draußen. Ich lasse es jetzt 10 Minuten einwirken. Bereite jetzt mein Frühstück, wie gesagt, vor. Und dann kommt das Ganze wieder ab. Jetzt mal ein Stückchen Kaffee. Und die Maske ist auf jeden Fall schon gut eingetrocknet. Ich werde die jetzt aber noch schnell runter waschen. Und dann nämlich diese Augenpads, diese Hyaluronpads auflegen. Weil die Sommern meistens auch so eine Stunde drauf haben. Also ich werde sie auf jeden Fall eine halbe Stunde drauf geben. Und danach kommt das restliche Programm. Also ich bin gleich wieder hier und habe Pads im Gesicht. Das wasche ich mir jetzt einfach runter mit Lava und mein Wasser. Ich glaube, das ist relativ unspektakulär. Und dann gibt es mein Frühstück. Hier ist doch schon mein Frühstück. Ein Wecker mit Schinkengurke. Das gleiche Wecker noch mit Butter. Und Butter für Marmela, ein weiches Ei, ein Saft, ein Kaffee und ein Croissant. Und das passt perfekt zur neuen Staffel. Habe es euch jetzt eh schon mehrmals gesagt. Also ich mag die erste Staffel sehr gern. Freue mich jetzt schon auf die Holla. Zweite Staffel. Habe auch schon meine wiederverwendbaren Augenpads und Stirnpads. Und mich findet das Stirnpads schaut einfach am aller, aller lustigsten aus. Aber das lasse ich jetzt um eine halbe Stunde. Dann kommen noch Gesichtscremen und Augencremen. Dann werde ich meine Nägel frisch lackieren, werde ich mich schminken. Und dann, seht ihr aber erst im nächsten Vlog, werde ich unser Bäumchen mit Lichterketten verziehen. Wir haben gestern schon den Christbaum reingeholt und ich bin schwer begeistert. Aber mehr möchte ich euch dann eigentlich erst im nächsten Vlog verraten. Au. 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 So, da bin ich wieder und ich habe jetzt einige Stunden damit verbracht, den Christbaum herzurichten. Das hat jetzt etwas länger gedauert, weil er mir fast umgefallen wäre. Aber dazu seht ihr dann mehr im Vlog morgen. Am 23. Dezember kommt der vorletzte Vlog online. Dann kommt noch einer über Weihnachten. Also 24, 26 Dezember packe ich zusammen. Hi, Mausi. Au. Hi. Hallo. Au, ist das selten. Ob die Lucky mal auf Kamera ist, gell? Ich bin immer so scheu. Und jetzt habe ich da was runterfallen lassen. Nein. Hab's wieder. Heute ist ein schwieriger Tag. Ich wollte jetzt noch mit euch eigentlich meine Nägel machen, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich mache das off-camera, weil heute läuft echt viel schief. Dazu werde ich aber für Weihnachten einmal andere Nägel machen. Also nicht rot und grün wie sonst, sondern so einen leichten Rosettun von Essie Ballad Slipper und dazu von Look by Bieber so einen Glitzerlack. Mal schauen, wie das Ganze wird. Ich schneide diesen Vlog jetzt fertig, damit ihr ihn heute Abend seht. Und dann darf ich nicht vergessen, dass ich morgen noch Blumen besorgen muss. Noch die letzten Dinge für das Weihnachtsessen, für den Weihnachtsbrunch. Ja. Da muss ich noch schauen, was jetzt Weihnachten anziehen überhaupt, aber eines nach dem anderen. Ich habe dann übrigens noch von Kies eine Augencreme aufgetragen und eine Gesichtscreme. Habe mich fertig geschminkt, wie jeden Tag das gleiche Make-up. Und habe aber den Farmer-Docker sehr genossen. Ich habe drei Wochen Emily in Paris geschaut und habe einfach mal Ruhe gehabt. Das ist sehr selten. Da freue ich mich immer sehr drüber. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in diesem Vlog. Falls ihr mir noch nicht folgt, hinterlasst gerne eine Subscription, also ein Abo oder auch ein Thumbs-up. Ein Like, da freue ich mich sehr darüber. Zwei Vlogs kommen noch. Dann ist Sterntels Vlogmas wieder vorbei. Das ist jetzt wirklich schneller gegangen als gedacht, aber keine Sorge. Es gibt viele, viele neue Vlogs im nächsten Jahr. Da gibt es auch eine Abstimmung und viele von euch haben sich schon beteiligt. Ich habe auch bei Instagram tolle Vorschläge bekommen, wie zum Beispiel die Taschensammlung. Decluttering machen wir wieder. Mode, ich soll euch gerne Mantel und Jacken vorstellen. Also Mäntel und Jacken, dann Schuhe. Also da kommt noch einiges und die ganzen anderen Weekly Vlogs sind ja auch dabei. Chuck, magst du noch was sagen? Hey. Okay, er zeigt uns die kalte Schulter. Ich hoffe, ihr kommt alle gut ins Weihnachtsfest. Und wir sehen uns morgen bei einer neuen Folge Vlogmas. Bis dann.